Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Alles klar, ich bin jetzt hier auf jeden Fall dran. Ich baller jetzt meine 4 rauf. Die 4 rauf. Also wir spielen heute Uno in Roblox. Ich weiß, und das ist richtig cool. Ich denke mal, jeder von euch wird Uno kennen. Alle kennen das. Also wer das nicht kennt, das würde mich echt wundern. Ja, das würde mich auch echt wundern. Aber falls ihr das kennt... Hast du überhaupt noch eine grüne? Äh, nein, ich muss ziehen. Ich muss auch ziehen. So, oh, ich hab gezogen. Oder? Ich bin gar nicht dran. Ah, der hat Aussetzen! Oh mein Gott, jetzt hab ich Aussetzen. Jetzt hast du Aussetzen. Also, falls ihr nicht wissen, welche Karten wir legen können. Wir haben immer so Karten, äh, jetzt wie zum Beispiel das jetzt hier. Die muss man quasi immer auf dieselbe Farbe legen. Also eigentlich immer Farbe auf Farbe. Mehr muss man eigentlich nicht erzählen. Genau, Zahl auf Zahl. Genau, wenn man nicht kann, dann muss man halt eine neue ziehen. So, das ist eigentlich so das Basic. Genau, und es gibt Richtungswechsel. Man muss plus 2 mehr Karten ziehen. Genau, genau. Oder Aussetzen. Alter, jetzt muss er Aussetzen und dadurch bin ich dran. Machst du noch 3, guck, wie viele ich hab. Aber die eine rechts hier hat auch noch 3 Karten, ne? Das kommt doch einfach nicht meine Farbe. Ich kann da gar nichts aufsetzen. Ey, jetzt habt ihr mich ausgesetzt. Doch, man kann Aussetzen auf Aussetzen. Nee, doch nicht. Du bist dran. Du bist dran. Ha! Du machst Richtungswechsel, was? Nein, ich Idiot, das hätt ich nicht machen sollen. Ey, vergiss aber nicht Uno zu sagen, wenn du nur noch einen hast. Dann sag mal Uno, letzte Karte. Ich weiß, ich weiß. Nee, man sagt doch letzte Karte. Man sagt Uno, letzte Karte. Ey! Ah! Da hast du eine 2 plus bekommen. Jetzt musst du ja 2 Karten bekommen. Ey! Ja, ich hab jetzt 2 Karten mehr. Tja, so schnell kann das wieder gehen, mein Freund. Okay, jetzt kann ich aber hier das auch auflegen. Kann die jetzt... Nein! Oh! Oh, der hat gewonnen schon. Nein, nein, die hat noch eine Karte. Noch eine Karte hat die noch. Die hat Uno schon gesagt. Komm schon, noch gelb, blick gelb, blick gelb. Also jetzt ist gerade die Farbe gelb. Jetzt ist gerade die Farbe gelb. Ich kann die aussetzen lassen. Wieso überlegt der so lang? Was macht der denn? Oh, der muss beziehen. So, aussetzen. Ah, danke. Vielen Dank, dafür leg ich mal die gelbe drauf. Okay, komm schon. Er zieht schon wieder eine. Nein, was ist denn da die Farbe? Was soll das denn? Bro. Ach nein, jetzt muss ich Karte nehmen. Tja, oh. Oh, der Letzte ist jetzt dran, oder wer ist jetzt? Nee, du bist noch. Du bist noch dran, du bist noch dran. Du kannst die reingedrücken. Was? Was wünschst du dir? Gelb. Gelb. Ach, ist eine gelbe 4+, lol. Ja, ja. Ich habe erst... Der neben uns hat zu hat noch mal eine Musse 4 jetzt ziehen, weil du dem das reingedrückt hast. Ich weiß, es war ja Absicht so. Und jetzt habe ich Uno letzte Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe auch Uno letzte Karte. Oh mein Gott, ich glaube, man muss unten rechts irgendwie draufdrücken oder so, ne? Ja, ja, official musst du drücken oder so. Okay, und... Ja! Nein! Ich habe euch fertig gemacht. Guck mal, ich habe jetzt 71 Punkte. Alter, ich hatte noch eine Karte immer nur noch. Also, ich will nur sagen, du hast eben gesagt, von 5000 Runden hast du nur 20 verloren. Das habe ich nie gesagt. Wie kommst du da? Also, okay, dann... Wie kommst du? Okay, ich mache eine neue Runde auf und dann gehen wir in die nächste. Okay. Oh mein Gott. Ich habe so krasse Karten jetzt, ne? Alter, du willst mein Blatt nicht sehen. Du willst mein Blatt nicht sehen. Das ist so krass. Du willst mein Blatt auch nicht sehen. Also, ich habe echt ein sehr, sehr, sehr fieses Blatt, ne? Ich habe auch ein fieses Blatt, muss ich sagen. Ich hoffe... Oh mein Gott, also, das... Aha, das wirst du bereuen, Bro. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Kann ich hier irgendwas legen? Ich sage dir nur eine Sache. So, wie es in den Wald hineinscheint... Oh nein. Ach man, du Assi. Vier Plus aufsammeln. Ja. Muss ich vier Karten ziehen, ey. Mann, guck mal, wie viele ich jetzt habe. Also, du hast keine Plus zwei gehabt. Oh. Nein. Mann. Das ist natürlich belastend, Kaspar. Das wird mir natürlich sehr belastend. Was machst du denn da? Oh. Der Arme. Der Arme kriegt nur sechs. Ich leg mir vier Plus drauf. Jetzt wusste er sechs. Der hat sechs Karten auf. Ich wollte die eigentlich auf... Ich wusste nicht, dass ich... Oh mein Gott. Was kriegst du? Ah. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Gut, viele Karten. Ich habe 13 Karten. Ey. Ich bin dran. Ey, ich habe noch zwei Karten, Bro. Bro, ich habe 13. Ich bin zu gut gerade. Keiner kann mich aufhalten. Das Glück, das Glück, das Glück. Oh, du letzte Karte. Nein. Das kann ich sein. Okay, ich wünsche mir, welche Farbe hast du? Oh Gott. Welche Farbe habe ich wohl, ha? Äh, rot. Welche könnte meine letzte Farbe sein, ha? Welche könnte meine letzte Farbe sein? Oh nein. Oh, der wünsche ich auch nochmal. Der hat die Farbe geändert. Hattest du rot? Mann ey. Du hattest also rot. Aber. Du hattest also rot. Oh. 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 Oh, du hast grün. Ihr müsstet was machen. Ihr müsst was machen. Oh, die ist vor dir fertig. Oh, bitte nicht vor mir. Nein. Was passiert hier gerade? Nein. Ja. Aufsetzen. Nein, du Assi. Lass uns doch mal eine Runde spielen. Ha, ha. Ja. Nein. Ja. Richtungswechsel. Okay, warte mal, warte mal. Was setze ich da jetzt drauf? Oh Gott. Oh Gott. Hier, gelb, gelbe 5 hast du nicht, das weiß ich. Ah, ja. Du bist so eine Arte. Nee, das ging nicht auf mich. Nee, das ging auf den, keine Sorge. So, ich bin immer, ich bin die ganze Zeit bei der letzten Karte. Das kann doch nicht sein. Deine rote wirst du nicht mehr loswerden, Bro. Mann, nein. Deine rote wirst du nicht mehr loswerden. Mann, ey. Und ich werde auch gleich, ich werde auch gleich eine 4+. Nein, ich Idiot. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Zack. Mann. Oh, jetzt bist du direkt wieder dran. Jetzt bist du direkt wieder dran. Ich kann nichts machen außer Rot setzen. Was soll ich alles machen? Nein. Und wieder gewonnen. Gegen anscheinend den Uno-Meister. Was? Was, ey. Du hast nur Glück gehabt bisher. Ja, Glück. Ich habe mit Skill gearbeitet. Mit Skill. Oh, jetzt geht's. Und du bist wieder neben mir. Ich bin wieder neben dir. Und jetzt bist du quasi vor mir jetzt gerade dran. Ich fange auch direkt mit einer Sache an. Und zwar wünsche ich mir die Farbe gelb. Ah, wieso wünsche ich mir wohl die Farbe gelb, hä? Ja, okay. Okay, okay. Ich hatte leider keine Farbe gelb. Oh ja, okay. Kein Problem. Hier, 2 plus für dich. Ey. Ah, ja, das hast du davon. Jetzt, Riech, was bleibt mal ein bisschen um, mein Freund. Hey, das ist ja voll unfair, Alter. Oh nein, jetzt drückt der mir hier eine 2 plus. Ja, besser ist das jetzt hier auch, ne? Besser ist das auch. So, dann hier einfach eine schöne gelbe Karte hinlegen, ne? Ja, okay, okay. Wichtig und richtig. Oh, warte, also schon wieder Richtung wechseln genau vor mir ein. Oh, Richtung wechseln genau vor dir. Oh, 2 Runden war ich jetzt schon nicht dran. Mann. Das glaub ich nicht. Hör auf. Ja. Das machen die auch mit Absicht. Ich weiß, das machen die auch echt mit Absicht, ne? Okay. Oh, okay. Oh, oh. Jetzt kannst du eine rote loswerden, ne? Wenn du willst. Nö, brauch ich nicht. Oh, die blau. Brauch ich nicht. Blau. Oh, aussetzen. Oh, du bist direkt wieder dran jetzt hier, ne? Oh, und du darfst aussetzen. Ey, das kriegst du von mir aber zurück, Alter. Mhm, mhm, mhm. Ohne Spaß. Immer ganz gut, ob ich das zurückbekomme. Hier, gelbe 8 drauf. Zack. Ja, grüne 8 hier drauf. Zack. Oh, grüne 8, ganz wichtig. Blaue 8 hier drauf. Nein, was soll das denn? Nein, du Assi. Ey, ich hab nur die Geins gemacht. Nein, aber hier die neben mir. Mann, die machen alle, ich bin zehnmal nur dran. Ich weiß, ich weiß. Können wir aufhören, ey. Okay, jetzt mal gucken. Ah, nein. Nein. Oh, gut, 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 gut. Jetzt auf grün. Ey, du hast noch zwei Karten, das kann nicht sein. Ja, 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 und die werde ich auch gleich wegwerfen. Ich weiß auch genau, was es ist. Was, du bist so ein... Ja. Das hast du nicht gemacht. Oh mein Gott, der ist vorbei. Ey, wir verlieren das gleich gegen die... Warte mal, warte mal, warte mal, lass mal kurz, mach mal nix. Ja, genau. So, und jetzt weniger. Oh mein Gott. Blau. Alter, die blieben wir erst mal richtig rein. Der hat locker blau gehabt, der hat locker blau gehabt. Der hat locker blau. Oh, Mann. Ey, nein, das kann nicht sein. Jetzt haben wir gegen so einen Jasmin verloren. Oh Mann, ey, aber trotzdem gute Runde, ey. Ja, nächste Runde. Okay, okay, okay. Oh, es geht nicht los und er legt direkt eine Wünschekarte. Hä, ehrlich? Warum verschwendet der hier direkt? Er hat direkt eine Wünschekarte rausgehauen. Okay, warte mal, warte mal. Ist ja voll verschwenderisch von dem gewesen. Der hat gelb gelegt, wahrscheinlich hat der ja nix anderes. So, hier, Richtungswechsel. Hey, wenn er sich gelb wünscht, hat er doch gelb. Ey, ich meine, er hat auf die Wünschekarte auf rot gelegt. Das heißt, er hat wahrscheinlich keine Wünschekarte. Er hat ja gelb gelegt, sonst hättest du doch gar nicht gelb legen können. Ja, aber er hatte ja zuerst die Wünschekarte. Oh, aber dann hat er eine 2 plus, bitte. Ja, ja, wichtig. Was? Da kriegst du die 4 plus, kriegst du rein. Selbst schuld. Direkt am Anfang hat er schon viele Karten. Oh, mein Gott, er nimmt dir die letzte Ehre hoch. Er nimmt dir die letzte Ehre. 14 Karten. Was ist denn dein Problem? Er hat auch nur noch 2 Karten. Ich habe 13 Karten. Oh Gott, wie spielt er, wie spielt er? Oh Gott, der eine hat nur noch 2 Karten, das ist einfach unfair. Oh, ja. Oh nein, Alter. Er hat nicht Ulo gesagt, er musste 2 Strafkarten aufnehmen. Als ob, als ob. Ja, Mann, lol. Herr, krass. Der ist direkt normal dran. Okay, komm, wir gönnen eine geile Farbe. Ah, nein. Nein, was? Die Farbe sieht sehr geil aus, ja. Mann, was soll das denn? Die sieht sehr geil aus. Ja, Karma. Mann, ey. Karma. 12 Karten, Bro. Oh, Alter, das glaube ich nicht. Oh mein Gott, der ist gleich durch. Okay, hast du Rot, hä? Hast du Rot? Du hast nämlich kein Rot. Rot hat er nicht. Der hat nämlich kein Rot. Ja, gut gesehen. Ich wusste das nämlich. Oh, der ist auch gefährlich. Oh nein, Bro. Oh nein. Aber er hat locker, er hat locker, nein, er hat locker Blau, Idiot. Nein. Oh nein. Aber er hat kein Rot bei der einen. Er hat kein Rot bei der einen. Der eine hat kein Rot mehr, stimmt. Boah, ich muss ziehen. Das geht nicht anders. Ehrlich? Oh nein, der hat Uno, der hat Uno, der hat Uno, der hat Uno, der hat Uno. Er hat, oh, er hat kein Rot gehabt. Das heißt, wir müssen immer schön Rot spielen die ganze Zeit. Verdammt, er hat Rot gehabt. Oh, der hat auch kein Rot. Oh, jetzt wünscht er sich was? Grün, bitte, grün, bitte, grün, bitte, grün. Nein, das kann nicht sein. Alter, ist ja eine Grün, ich hasst. Ja, Bro, ich habe keine Grüne. Ich habe auch keine plus zwei oder so. Oh, die gewinnt gleich, die gewinnt gleich. Oh, eine letzte hat die nur noch. Oh nein, der auch. Oh mein Gott. Hat Juno gesagt, die musst du ziehen als Strafkarte? Lol. Okay, warte mal. Er wäre dran. Ich bin dran. Du bist dran. Ich kann nur die legen. Ich hoffe, er hat die nicht jetzt gehabt. Oh. Ja, auf jeden Fall keine blaue, müssen wir uns merken. Wir müssen uns im blauen Bereich bleiben, anders geht das nicht. Und der auch nicht. Wir bleiben bei der zwei. Ja. Oh. Oh. Er hat die blaue gezogen gerade. Ich habe auch keine blaue, ich habe auch keine blaue, leider. Ja, bitte bleib bei blau, bitte bleib bei blau. Nein, 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 blau weg, blau weg, blau weg. Jawohl. Ja. Oh nein. Ja, wie gesagt, er hat keine blaue, jawohl. Ja, ich arbeite mich gerade. Du musst hier schon wieder ziehen. Guck mal, mit Skill. Ich arbeite mich gerade mit Skill runter. Gar nicht. Du wirst gleich eine 4 plus reinbekommen von einem Typen neben dir und dann warst du es. Hier, guck mal. Jetzt geht es aufs Gelb. Oh, Gelb. Ja, Gelb habe ich. Gelb war locker seine Karte gewesen. Ja. Das ist auch nicht. Oh mein Gott. Guck mal, ich bin jetzt schon wieder bei fünf Karten. Ich bin eine Karte über dir, obwohl ich so viel hatte. Du bist nicht über mir. Du bist nicht über mir. Fast. Ich kann die ganze Zeit nicht. Ich habe halt nur eine Farbe, Alter. Ich kann die ganze Zeit nicht. Hatte er kein Rot? Ich glaube, er hat kein Rot gehabt. Er hat kein Gelb gehabt. Er hat kein Gelb gehabt, bist du sicher? Er hat kein Gelb gehabt, ganz sicher. Ey. Wichtig. Wir haben gleich viele Karten gerade gehabt. Oh, er ist fertig. Mann, er hätte nicht geändert. Ich hätte gerade Rot genommen, Mann. Oh Mann. Ich hatte nur Gelb und Grün. Ja, Mann, Alter. Okay. Du willst jetzt eine Farbe aus, oder was? Ja, und ich wähle Gelb. Okay, er wird also Gelb. Wir sind in so einem Dreierraum gerade. Ja, ja, ja. Noch ein anderer. Der will Rot haben. Das kriegt er aber nicht von mir. Oh, Blau. Okay. Dann nehmen wir mal Blau. Ja, ja, ja. Kriegen wir alles hin. Bis jetzt alles ist entspannt. Jetzt will man auf der Seite von mir wissen. Ich würde halt gerne mal andersrum spielen. Du willst gerne andersrum? Oh nein. Ja, ich könnte nämlich... Ich kann nichts. Ich habe kein Gelb gehabt. Ich kann auch nichts. Ich habe auch kein Gelb. Nein, jetzt lockert es noch mehr Gelb. Das kann nicht sein. Oh, wichtig, die Grüne. Ich mache Aussätzen hier. Oh, okay. Dann mache ich auch Aussätzen. Du bist dran. Du bist so ein... Das ist so. Ah! Karma. Das habe ich direkt mitbekommen. Ich habe kein Blau. Ich habe kein Blau. Aha. Mann. Aber auch nicht. Ich habe immer Blau. Hast du immer noch kein Blau? Nein, habe ich immer noch nicht. Ah! Ich muss jetzt... Ich habe so krasse Karten, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du kriegst so einen Korb gerade. Was ist das? Eine 4 Plus. Ja! Ey, du hast nicht eingestellt, dass ich es rauflegen kann. Selbst schuld. Achso, habe ich das vergessen? Du hast es ausgestellt. Das habe ich auch nicht mehr. Was spielen wir hier gerade für einen Uno? Was soll das? Ich hätte jetzt einen Plus 6 gedrückt. Tja, selbst schuld, ne? Selbst schuld sage ich nur. Oh! Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, hat er viele bekommen gerade. Ey, aber man... Ich hätte... Mann, was ist das für komische Settings? Das ist ja ganz normal, das sind die offiziellen Uno-Regeln. Nein, nein. Sie spielen... Wir spielen Uno so... Das glaube ich nicht. Alter. Da kriegt der 0,2 Plus und der ist aber... Wer hat das denn? Er hat noch einen locker. Hast du noch mal Grün, ne? Oh mein Gott, was machen wir Grün? Hä? Ich habe doch direkt gecallt. Du hast nicht auf Fischchen gegrügt. Ich habe gecallt. Haha, ja. Mann, was sollte das denn? Okay. Jetzt haben wir dir 7 jetzt hier. Ey, das ist nicht sein Ernst. Oh mein Gott, für dich. Bro, das ist nicht sein Ernst. Und ich kann wieder nicht drauflegen. Oh mein Gott, das ist nicht sein Ernst. Das hast du für dober Settings eingestellt. Ja, und jetzt Uno letzte Karte mit Ansage. Ich muss sogar... Nein. Oh nein. Ja, du musst Gelb legen. Oh, ich habe kein Gelb. Du musst Gelb legen. Ich habe kein blödes Gelb, ey. Mann. Äh, blau hast du wahrscheinlich, ne? Oh nein. Jetzt will Gelb auch. Oh nein. Wie kann man so unkorrekt sein? Ja. Geht nicht anders. Okay, dann machen wir mit Grün weiter, ne? Blau hat dir anscheinend sehr gefallen. Ja, zack. Äh. Ich hätte mich über Blau gefreut, sage ich mal so. Ja, okay, dann mache ich mal wieder Blau. Kein Problem. Okay. Mach ich dann extra gern für dich, ne? Das glaube ich nicht. Ja. In den Rot rein in der letzten Sekunde. Ja, sehr gut. Wir müssen aufpassen mit dem. Wir müssen aufpassen mit dem, der ist gefährlich. Oh Gott. Ich kann schon wieder nicht. Ich habe kein Rot. Oh mein Gott. Ich habe kein Rot. Jetzt bin ich wieder auf eurem Level, obwohl ich zweimal plus vier hatte, ne? Ich bin einfach der Uno-King. Du hast so runtergespielt, du hast so runtergespielt, die Karten. Ey, ich hätte schon, ich hätte gewonnen. Oh mein Gott. Die Karten, die will ich gar nicht weggeben, deswegen. Oh Gott. So. Ich habe ja, ich muss, ich mache hier, ich mache hier Taktik. Ey, ich ziehe mir hier noch tausend Karten, Alter. Vielleicht ist das schlauer dann. Ich mache hier Taktik, Digga. So, auch wenn ich jetzt eigentlich die Karten hätte, die ich legen könnte, ich mache gerade Taktik. Äh, oh. Du hast zehn Karten. Was hast du da denn alles? Ah. Das. Wie viele zwei Plusen hast du? Ja. Wir hoffen jetzt Karten zu geben. Oh mein Gott, du hast zwölf Karten. Erstmal wechseln jetzt, weil nächste Runde kriegst du eine Bombe. Erstmal wechseln. Ich glaube ich nicht. Okay. Okay, du willst es also so, ja? Kein Problem. Okay, danke schön, dass ich noch schneller spielen darf. Mhm. Wir haben noch drei Karten übrigens, ne? Ja, ist kein Problem. Wir machen das Spiel jetzt blau erstmal ein bisschen auf. Nein. Oh, korrekt. Nein, 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 nein. Hier, blau, sehr gut. Oh mein Gott, ich habe nur noch zwei Karten. Ich habe nur noch zwei Karten, Bro. Und davon ist keine eine blaue, das weißt du jetzt schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Official. Ja, letzte Karte. Oh nein. Letzte Karte. Und ich wünsche mir die Farbe. Letzte Karte. Oh Gott. Oh Gott sei Dank, ey. Oh mein Gott, war das knapp. Mann, was glaubst du, hast du für eine Farbe? Ey, jetzt müsstest du nochmal. Ich glaube, du hast gelb. Du glaubst, ich habe noch zwei Farben. Oh, ausgesetzt hier. Mann. Nimm mal schön auf da, ne, Kollege. Ich lege die direkt wieder weg, das ist kein Problem. Oh nein. Das ist jetzt gefährlich. Oh, letzte Karte. Oh, das ist jetzt ganz gefährlich. Letzte Karte. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das setzte mich aus. Ich habe aber nichts, was ich drauflegen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Letzte Karte, ja. Nein. Und es ist rot, ja. Das sieht gut aus für mich. Nein. Ja. Das hat er jetzt nicht gemacht, Digga. Ja. Viel plus für dich. Und er wünscht sich grün. Es ist grün. Nein, ich habe kein grün. Ey, was hat er mir jetzt reingedrückt? Er ist fertig, oder? Nee, ist doch nicht fertig. Ah, danke, hast du gesagt. Dann hast du die Farbe. Ich hasse. Mann. Oh nein, das fährt sich, oder? Nein. Mann. Verloren, Bro, nein. Ey, das kann nicht sein. Das war eine krasse Runde gewesen. Ey, Mann. Jetzt kommen wir. Eins gegen eins. Zu der krassesten Runde. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Und ich habe eine Strafkarte bekommen, weil ich nicht gezogen habe. Ah, ha, ha. Mann. So, das Ding ist, pass auf, das Ding ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit gegen uns gegeneinander. Also Richtung wechseln ist egal. Ja, es ist eins gegen eins. Oh Gott. Du willst du eine Farbe haben. Okay, dann wähle ich mir mal eine grüne aus. Okay, eine grüne Karte kannst du natürlich von wir haben. Okay, ja. Oh, hä. Leute, du hast eine Null gedrückt. Und weißt du, was eine Null ist? Nein, Kartenwechsel. Ja, eine Null ist Kartenwechsel und eine Sieben ist auch Kartenwechsel. Als ob, Bro. Das sind hier die Extremregeln. Hau rein. Und jetzt gönnst du mir die ganzen Karten. Hau rein. Hä? Wieso kannst du so viele? Ach so, weil du die ganze Zeit wieder hintereinander dran bist. Ja, 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 ja. Ich kann hintereinander. So. Oi, oi, oi. So, hier. Schön die blauen Karten rein. Hier legen wir das drauf. Ja. Ducken wir mal. Kann ich nicht ziehen? Doch, das kann ich ziehen. Ich dachte gerade schon. Oh, ich bin hier. Das waren sehr, sehr nette Karten von dir, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Ich hatte ein gutes Blatt, Alter. Und da kommt auf einmal die blöde Null raus. Du bist dran jetzt. Ich muss leider ziehen, aber die kann ich direkt hinlegen. Ich weiß, was du mache, was du vorhast. Ich weiß nämlich, was du hast für eine 2+. Alles gut. Ich weiß auch, dass du eine 2+. Hast. Ich habe keine 2+. Nein, nein. Ja, genau. Habe ich gesehen eben. Jetzt muss ich sowieso ziehen. Ja, schön. Weg mit dem. Ey. Wichtig, wichtig, wichtig. Ey, uncool. Ey, jetzt muss ich auch ziehen. Ich kriege keine gelbe. Ich kriege auch keine gelbe. Was soll das denn? Jetzt. Ach, Mann. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt. Oh mein Gott. Alter. Oh, ich bin noch mal dran. Und rot. Rot. Nochmal dran. Und. Nochmal rot hier. Und Karten wechseln. Nein. Nein. Wie unfair. Und ich bin noch mal dran. Ich weiß, das wollte ich gerade machen. Was hast du denn gemacht? Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte gerade, was ist denn da los? Was hast du denn gemacht, Digga? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Die Zerstörung auf Doom. Nein. Und ich wünsche mir blau. Nein. Und ich muss direkt ziehen. Gibbi. Wow. Uh, meine letzte Karte. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein, das kann nicht sein. Ja. Auf die Zerstörung. Nein. Ja. Wieso kann ich da keine 2 Plus jetzt drauflegen? Ja. Tja, doof gelaufen, Bro. Ist natürlich doof gelaufen. Du hast die Farbe nicht ausgewählt. Deswegen konnte ich die 2 Plus legen. Und du. Und ich habe aber noch eine. Ja. Ich hatte noch eine. Ich hatte noch eine 2 Plus. Ich weiß. Wieso dann konnte ich die nicht drauflegen? Wieso konnte ich die nicht drauflegen? Was war das für eine Runde? Ja. 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 gewonnen. Das hab ich nie gesagt. Man ey. Hey, was machst du da Kasper? Ich will hier raus. Guck mal, wir sind bei mir zu Hause. Ich weiß. Warte mal, kannst du kurz sagen, wo die Tür ist? Ich glaube, der Pfeil hat mir nicht genau gezeigt, wo die Tür sein soll. Sag mal, bist du blind oder was? Ich will dir was zeigen und zwar was ganz bestimmtes heute, okay? Aber das verrate ich noch nicht. Das verrate ich erst am Ende. Okay, okay. Folg mir ein bisschen. Wir können ja hier mal ein bisschen durchs Haus gehen. Ich hab dir auch ein paar kleine Aufgaben gestellt. Du musst es bewerkstelligen. Ich seh's gerade. Hier wird mir auch das Paket gezeigt. Okay, aber dann zeig mal. Das Paket muss natürlich erst mal weg. Ja, mach mal. Stell das mal weg. Okay, wo müssen wir das hinstellen? Einfach beiseite erst mal. Irgendwo, wo es nicht im Weg steht. Ja, da ist es in Ordnung. Und jetzt siehst du ja, was hier oben auf dem Schrank liegt. Ein Schlüssel. Eine Schere meine ich. Nicht ein Schlüssel. Es aussieht wie ein Schlüssel. Ja, hier. Hab ich. Ja, und jetzt kommst du mit ins Zimmer und da muss das Paket eigentlich hin. Hä, ja, ich weiß. Wurde auch gesagt. Also ehrlich. Oh mein Gott, wieso denn nicht? Okay, dann passen wir das Paket da rein einmal. Ja, und jetzt pack mal aus. Und jetzt pack mal aus das Paket. Komm. Jetzt darfst du wissen, was drin ist. Mit der Schere. Mit der Schere. Oh, 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 oh. Was macht der? Äh. Äh. Was sind wir? Was hat Bruno mit uns gemacht? Was soll das? Der hat uns irgendwo hingebracht, aber ich weiß nicht wohin. Äh, okay. Irgend so ein Kerker oder sowas. Das hört sich wohl an. Das hört sich wohl an hier, die Wand. Warte mal. Ich klopf mal gegen. Ich auch, ich auch. Ich klopf auch gegen. So, nochmal. Nochmal gegen klopfen. Und ja, die ist aufgegangen. Äh, oh, du hast recht. Sehr schön. Okay, krass. Und dann sind wir jetzt. Warte mal, kann man hier lang? Oder hier lang? Ich glaube, wir können, äh, bam. Ach, hier. Okay, okay, ja. Ja, aufmachen. Bam. Und ja. Alter, was, wenn wir hier durch müssen. Zack. Ist so, wo sind wir hier? Ich höre doch auch Stimmen da hinten irgendwo. Oh mein Gott, hä? Was ist das denn hier? Wo sind wir, Bro? Was hast du dir für eine komische Puppe gekauft? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist dein neuer bester Freund. Deswegen hätte ich gedacht, dass es auch mein bester Freund ist. Toller bester Freund. Okay. Ja, ganz toll. Warte mal, hier. Das sieht lecker aus, so ein Energy Drink. Hm. Hm, Göttersaft für 80 Robachs. Göttersaft, okay. Ja, okay. Äh, lass mal hier weitergehen. Ich glaube, wir müssen den Pfeil folgen, ne? Hä, den Pfeil, Bro? Guck doch mal. Ja, Bro, guck mal, hier zeigt doch das auch auf diese Figur da hinten. Siehst du es nicht? Stimmt. Okay, du hast recht. Da sind mehrere Pfeile, ne? Können auch, aber rechts drum können wir gar nicht gehen. Ich glaube, wir müssen so ein... Ich gehe mal als erstes. Vielleicht müssen wir auch mehrere irgendwie drücken oder so? Ich glaube, wir müssen mehrere Knöpfe oder so. Ja, ist ein Knopf. Okay, warte, ich komme nach oben. Oh Gott, ist passiert irgendwas? Warte mal. Wieso, was passiert denn? Ich habe mal drückt. Irgendwas passiert hier. Oh Gott, oh Gott. Ja! Ah, wir hätten den anderen Weg gar nicht nehmen können. Ach so, da sind jetzt die Steine hochgefahren. Okay, okay, okay. Ja, ich sehe es gerade mit den Steinen. Okay, okay, okay. Alles klar. Ja, sehr gut, sehr gut. Weiter geht es hier wieder zurück. Hier rüber gehen. Und dann ist er anscheinend da ein Weg, der uns rausbringt? Oder... Ich sehe es auch gerade. Das sieht doch nach Ausgang aus hier, oder nicht? Ist da ein Abzeichen da drüben? Ich weiß nicht. Genau. Hätte sein können. Finde und wirf drei grüne Kugeln auf die Rampe, um das Portal zu öffnen. Okay, okay, okay. Das heißt, hier haben wir schon mal die erste. Hier grüne Kugeln nehmen. Und jetzt hier da reinpacken, oder was? Ich habe eine grüne Kugel schon jetzt hier gerade am Start. Was ist? Ich habe die da reingepackt. Und jetzt wo ist die grüne Kugel? Hä? Alter! Ist es jetzt... Hä? Die ist verpulvert. Hä? Was ist jetzt mit der Kugel? Wo ist die? Hier oben ist noch eine. Ah, guck mal hier. Die ist verpulvert. Ach so. Wenn ich jetzt noch eine reintue. Ja, nächste. Auch wieder verpulvert. Okay, warte. Ich glaube, du musst drei Stück da reinpacken. Ich glaube, du musst drei Stück da reinpacken. Ja, ich habe schon zwei Stück reingepackt. Du hast schon zwei reingepackt. Oh mein Gott, die ist auch wieder weg. Jetzt schnapp ich mir mal ganz kurz die jetzt hier. Und dann soll irgendwas passieren, oder was? Dann soll das Portal sich öffnen. Aber das ist was für ein Portal. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, reinzuschmeißen. Warte, ich komme, ich komme. Drei, zwei, eins, go! Und? Oh! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt, Alter? Hä? Was passiert hier? Hä? Was ist jetzt passiert? Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Hinten ist jetzt das Portal. Der Mund ist aufgegangen. Jetzt können wir die Abkürzung, glaube ich, nehmen. Oder ne, wo wir hergekommen sind. Okay, dann lassen wir hier rüber gehen. Ich weiß nicht, hier lang? Okay. So, ganz vorsichtig. Okay, dann mal rein hier ins Portal. Und? Oh, mal gucken, was passiert. Wo sind wir jetzt? Hä? Hä, guck mal hier. Wir sind in so einem Labor. War das alles gar nicht real? Hä? Wir wurden, doch, wir wurden wegteleportiert von dieser Puppe. Aber die hat uns irgendwo wieder so gut. Da ist jemand. Hey, da ist jemand. U-Bahn, cool. U-Bahn, cool. Was geht? Hallo. Alles gut? Warte mal, hier, der Pfeil zeigt in diese Richtung. Das heißt, wir müssen auf den Röhren hier langlaufen. Stimmt, ich glaube, das Wasser. Hallo, Brock sagt er auch. Hallo. Hey, hallo. Oh, nicht, das Wasser berühren sich gerade. Da ist Strom drunter. Oh ja, ich sehe es gerade. Das Wasser ist unter Strom, ne? Okay, lass dem Pfeil weiter folgen. Ich glaube, wir müssen den Knopf da vorne drücken, ne? Ja, hier. Oh mein Gott. Hier rüber, oder was? Hä? Ich habe hier den Geheimgang genommen. Okay, ich habe es, ich habe es. Ja, und drücken. Ach, den muss man, glaube ich, sogar nehmen. Strom ausschalten. Und drücken. Oh mein Gott. Was ist? Es explodiert jetzt auf einmal. Es explodiert. Wow. Ich habe es gerade gesehen. Es explodiert auf einmal. Hä? Aber wenn das Ding kaputt gegangen ist. Was jetzt? Müssen wir noch mehr Knopf drücken? Nochmal drücken? Nee. Willst du nochmal drücken, oder was? Nochmal drücken? Es explodiert gerade bei mir. Es ist aber immer noch Strom. Jetzt habe ich gerade kaputt gemacht. Ja, ganz toll. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Okay, dann müssen wir... Nee, da oben ist es aufgegangen. Das ist oben aufgegangen. Aha, Leute. Ach, verdammt. Nein. So, ich probiere es nochmal jetzt hier. Zack, zack. Okay. Jetzt bin ich auch in der Luft zu scharfen. Ah, das heißt, das hat quasi das Tor zugehalten. Ich hätte auf jeden Fall Angst gehabt, das Wasser zu berühren. Alles unter Strom und so. Das war auch sehr kitzelig, muss ich sagen. Das glaube ich. Wie ein Zitteraal. Okay, dann... Hey, geh doch auf, Alter. Ja. Okay. So, ich habe es auch aufgemacht. Was ist das für ein Raum? Warte mal. Das ist Toys-A-Ass. Hä? Das erinnert mich ein bisschen an Squid Game, muss ich sagen. Mit der Puppe, mit diesem... Weißt du, das leuchtende Gesicht und diese blauen Wände. Stimmt, mit den blauen Wänden und sowas. Du hast recht. Hä? Ja, könnte sowas sein. Okay, boxe ich immer durch. Bisschen bam, bam, bam. Gegentreten, ne? Oh, hier durch. Und? Und dann können wir hier... Nach unten! Hä? Oh Gott. Wo geht es denn jetzt hin? Das sieht mir alles nicht ganz gut hier aus. Mach mal auf, mach mal auf. Ich mache es gerade schon auf. Und? Oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Was ist das denn? Da ist die Puppe. Hä? Das ist Bruno Babydoll. Bruno, hau ab. Bruno, was willst du von uns? Stumpfhände. Oh nein. Oh Gott, lauf! Lauf, lauf, lauf. Der ist direkt hinter mir einen Meter. Der ist ein Meter hinter mir. Der ist bei mir auch ganz in der Nähe. Okay, ich lauf. Lauf, lauf. Oh Gott, der kommt. Der kommt schnell. Lauf. Warum ist der so schnell? Weiß ich auch nicht. Oh Gott. Alter, der ist voll schnell. Hau ab. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang. Digga, der holt mich fast ein. Obwohl ich erster bin. Mich auch, mich auch, mich auch. Oh nein. Oh Gott, hier rein, hier rein, hier rein. Huck klettern, huck klettern. Oh. Oh mein Gott, gerade so. Ist er weg? Guck mal, wie er gezittert hat. Alter. Hä, der hat mich voll krass eingeholt, Alter. Der ist gar nicht mehr hergekommen bei mir. Der hat mich extrem krass eingeholt. Okay, wenn das Rote Ventil schaltet es aus. Ach, schnell, ey. Das scheint so ein ferngesteuter Roboter zu sein oder sowas. Ich glaube auch. Mir wurde im Spielzeug gerade gesagt, der ist mega cool und jeder spielt mit dem zurzeit. Ja, danke schön, dass du dir sowas Tolles kaufst. Ohne Spaß. Ja, was? Der war voll teuer. Ja, der hat 10 Euro gekostet. Hier aufmachen oder was? Ja, hier kann man aufmachen, die Tür. Ich bin nicht gerade, wo wir lang gehen müssen, ne? Hier, die Tür. Und jetzt? Was ist hier? Ah, hier ist ein Stuhl und ein Eimer. Sollen wir... Und hier sind auch so Kisten. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier den Weg nach oben bauen. Ah. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. So, das heißt hier einmal... Ja. Einmal auch nicht... So, oben rauf machen. Und dann haben wir noch einen Stuhl. Oh ja, das müsste reichen. Ja, das reicht. Oh Gott sei Dank. Und jetzt ist hier so ein Rad. Ah, das ist schon mal ein Ventil, was wir aufgemacht haben. Ah. Eins von... Oder? Oder das ist das Einzige? Okay. Ich weiß nicht, ob das Einzige haben wir jetzt... Da oben kannst du noch einen Knopf drücken, dass wir nach oben gehen, den ganzen Knopf drücken. Zeig mal hier hinten. Und zwar... Stimmt. Und drauf und jetzt... Ja. Oh mein Gott. Hast du es gemacht? Es hat gerade irgendwie die Teile hochgemacht, diese... Welche Teile? Beeilung. Hier? Beeilung. Hier, welche Teile meinst du denn? Diese Teile sind gerade hochgegangen. Ah, die. Okay. Okay. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Und dann können wir hier hochgehen. Ja, alles in Ordnung. Und auch immer höher gehen. Oh Gott, jetzt hier ein schwerer Leitersprung. Oh Gott. Oh nein. Oh, ja. Okay, hab's. Sehr gut. Sehr gut. Hier über diese ganze Lüftungsschächte. Ey, ich mein, wo kommen wir hier gleich wieder raus, Alter? Was ist das denn? Gute Frage. Gute Frage. Hier lang jetzt? Ja. Ja, hier können wir durch die Tür anscheinend gehen. Aufboxen. Hier die Tür. Äh, aufgeboxt. Und aufboxen. Auf mit dem Kopfnuss. So. Okay. Nein, Alter. Weile die richtige Tür. Was glaubst du, welche ist das? Finde und ziehe zwei Hebel, um die Türen zu öffnen. Oh nein. Okay. Ich sag, die müssen hier rein. Oh nein. Oh nein. Labyrinth, oder was? Und im Zweiten ist der verschlossen. Oh nein. Hier, wir sollen die Boxen nehmen. Hier, die Boxen nehmen und dann hinstellen. Äh, okay. Die müssen hier nämlich nach oben. So. Dann packen wir nochmal die Boxen da rauf, Leute. Hier. Bam, 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 bam. Boom, bang. So. Okay. Äh. Und die hier auch noch. Was glaubst du, geht's da nach oben hin? Man muss die halt nur so platzieren, dass man halt auch, äh. Aber, dass man auch hoch kann, ne? Dass man hoch kann, genau. Hm, warte mal. Hier jetzt, so. Ich hab jetzt alle drei, ja. So. Ey, jetzt hast du meine... Ey, du stufst meine Boxen runter. Ah, ich bin oben. Ey. Warte mal. Okay, jetzt bin ich oben. Und jetzt kann man... Ja, und jetzt? Ich guck gerade. Ich muss hier ein klein paar Kuhrad machen. Ja, aber easy, so. Ja, der ist richtig easy. Man kann nicht sagen, kannst du auch zu hochlaufen. Also, wenn man hier runterfällt, mega schlecht. Also, wenn man hier runterfällt, kann man sich nie wieder als Obby King. der Welt. Ja, ja. Dann kann man gar nicht mehr Obby und King in einem Satz verwenden. Nein, 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 nein. Okay, wir können hier das Ding hochziehen. Ja. Und somit, äh, ist, glaube ich, gerade... Ah, Nummer eins aktiviert, ne? Von den... Jetzt müsste eine neue Tür aufgegangen sein unten im Flur. Die zweite. Ja, die zweite. Äh. Warte mal. Ja. Hast du es auch gesehen? Da ist doch irgendwas. Da war doch irgendwas. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich hab's auch gesehen, ja. Ähm. Hier ist so ein Babybett. Ich seh's auch gerade, ne? Spielzeug. Spielzeugfabrik. Spielzeugfabrik. Okay, was soll hier... Wow! Hey, hier ist so ein... Yo! Alter, wie hoch ich fliege? Wow! Zack. Alter, voll am Start hier. Komm hoch, komm hoch. Warte. Boing, boing. Schön. Und ans Seil ran. Digger. Okay, warte. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, wie hoch ist der denn geflogen? Alter, wie hoch fliegt der denn? Der kommt fast bis nach ganz oben. Hä? Mit einem Sprung. Lauf bei dem. Okay, ich bin auch am Seil jetzt gerade dran. Und sind hier auch welche... Ja, sehr gut, hier geht's weiter. Es geht hier immer... Oh mein Gott, da fällt man fast runter beim Sprung. Nein! Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Hast du's geschafft? Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich trau... Ja! Okay, du musst abwarten. Du musst einen richtigen Moment abwarten. Oh, ja! Okay, so. Das war auf jeden Fall riskant. Ja, ist echt riskant. So, dann geht's hier auf jeden Fall weiter. Ich fühle mich richtig so wie bei so anschartet oder sowas, ne? Ja, das ist voll so irgendwie ganz viel... Okay, jetzt müsste die letzte Tür aufgegangen sein. Und runter! Okay, ich glaube, jetzt sollten wir nach unten gehen können, ne? Und dann ist... Ja, ja, passt. Ja. Oder? Ja, aufboxen, aufdrücken und... Kann man draufdrücken jetzt? Ja, die Tür ist offen. Oh, sehr gut. Okay, 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 das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Dann lass mal hier weiter durchgehen. Weiter. Finde den Schlüssel, der im Ende der Kisten im Büro versteckt ist. Schließe danach die Tür mit dem Exit-Schild auf. Okay. Hier vielleicht drin. Ist hier Schlüssel drin? Äh, nee, abgeschlossen. Abgeschlossen, sicher? Ja, hier, auch abgeschlossen. Hä? Okay, dann haben wir hier vorne noch ein paar andere Türen. Hier ist auch noch eine. Oh mein Gott, die Fabrik, wie das aussieht da draußen. Voll gruselig. Da steht auch ganz groß, toi saß drauf. Oder ist jetzt keiner, der auf uns wartet unten oder so, ne? Nee, ne? Ein bisschen Angst auch. Hier! Och, Bro, diese tausend Kisten. Ey, was? Wieso muss das alle... Ey, hier unter einer dieser Kisten ist... Ja, ich hab ihn! Hier unter der hier. Sehr gut. Sehr gut. Hier, die ganze... Ich mach auch mal alle Kisten zum Staub. Bam, bam, bam. Zack. Alter, ich hab gefühlt die letzte Kisten, die ich aufmache. Da war bei mir der Schlüssel drin, ne? Ja, moin. Okay, sehr gut. So, okay. Und mit dem Schlüssel können wir jetzt da vorne die Tür aufmachen, oder was? Genau, das Notausgangsschild hier, ne? Bei der Tür, Notausgang. Okay. Öffnen und... Und öffnen, warte. Ist auf, ist auf. Ich hab's auch geöffnet. Und, oh nein. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Äh, merkwürdiger. Oh mein Gott! Boah, Alter! Du hast dich auch erschrocken, ne? Lauf! Zum Glück war da kein Zaun. Zum Glück war da kein Zaun. Wenn die Roboter kommt, wo lang? Wo lang? Den roten Fallen folgen. Den roten Fallen folgen. Oh Gott. Wo ist denn roten Fallen folgen? Ja, ja. Oh Gott, jetzt liebe Klaus hinter dir. Lauf! Er war schild hinter mir. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Bin ich gar nicht hier? Ja, ich hab dich aber eingeholt. Nein, da kommt der! Oh Gott. Ja, der war schild. Der soll abhauen. Der war schild Po. Hau ab jetzt hier, du blödes Baby. Hier lang, hier lang. Du blöde Puppe. Oh Gott, lauf das weiter. Ist so, du blöder Riesenohren. Du Kasshoffelohr. Ist so, hau ab, Alter. Du Kasshoffelohr. Du Kochschenken. So, schnell weg. Oh Gott, lauf, lauf. Schnell weg. Oh Gott, jetzt haben wir die Pfeile. Ohne die Pfeile wäre ein bisschen... Immerhin. Krise. Oh mein Gott, glaubst du, die führen uns im Kreis? Ich hab die Tür komplett aufgetreten, wie so ein James Bond. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier und weiter. Ich wollte, ob die den im Kreis geführt hätten. Gute Frage eigentlich, ne? Ich frag mich gerne, Rev, wieso sollte in der Fabrik uns Pfeile alles anzeigen? Weißt du, wieso sollte das so sein? Ja, das könnte auch sein, dass uns alles... Was eigentlich keinen Sinn. Vielleicht sollten wir den Pfeilen auch nicht folgen, ne? Vielleicht sollten wir den auch nicht folgen. Das könnte auch sein. Sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, ja oder nein? Sollen wir den weiter folgen oder nicht? Ist so, Leute, schreib es mal in die Kommentare. So und dann, äh... Hier können wir durchgehen. Okay, komm, wir machen es erst mal. Oh Gott. Und noch mehr Pfeile. Ich trau doch, den Braten jetzt. Was ist denn das? Trinke die mysteriöse Limonade. Die dir Tempo gibt. Okay. Komm, hau ich mir rein mal, guck mal, was ist. Ich ferra die mir auch mal rein. Oh, lecker Erdbeer. Oh mein Gott, die hat richtig gut geschmeckt. Oh, das ist echt lecker. Wow, was ist da drin? Yo, voll schnell jetzt. Yippie, yippie, yippie. Und die ist noch weiter, ne? Hui, yippie. Sehr gut. Oha, was ist hier? Oha, was ist denn hier, Bro? Hier der Zaun. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Ich bin der Abkürz-King. Übersprung. Oh. Oh mein Gott. Das war gut. Bären fallen. Nein. Bären fallen. Bären fallen. Bären fallen. Bären fallen. Aufpassen. Ausweichen. Aufpassen. Alter, mich hier durch. Ich peh hier durch. Bisschen geht nicht mehr. Oh Gott. Ich bin wieder langsam. Ich auch. Hier steht noch irgendwas nicht. Wirst du das? Was? Was ist das? Ist das Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, wir müssen hochgehen, ne? Aber ich glaube, ich gehe jetzt hier einfach links rum. Ich gehe jetzt hier einfach hin. Ah, deswegen sollte man hier hinten rumgehen, weil hier das Abzeichen ist. Ja, wahrscheinlich falle ich da drauf rein. Hä? Okay, dann schlaffst du halt nicht. Wahrscheinlich, Bro. Da ist das ein Zeichen. Ich sehe das von dir. Ja, wie du geguckt hast. Wahrscheinlich falle ich da drauf rein. Okay, okay. Wolltest du mich erwischen, ne? Aber mit mir nicht. Okay, ich bin jetzt hier ein weiterer O-Kotter. Die goldene Bazooka können wir hier kaufen für 60 Roba. Bro, der steht da. Der steht hier. Sag mal, warte mal. Der steht hier oben. Der wartet auf uns. Bro, das ist Squid Game, oder was? Ich weiß nicht. Der soll mal abhauen. Oh, komm, ich drück drauf hier. Ich drück drauf. Bam, aufgedrückt. Okay. Und jetzt? Er pennt. Oh mein Gott, er lebt. Nein, nein, nein. Au! Hilfe! Was ist das für ein schnelles Ding? Yo! Was ist das schnellste Baby-Avaid? Au, 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 au. Alter, was will der? Der macht mir schaden. Ich bin fast draufgegangen schon. Du musst immer... Jetzt, jetzt habe ich... Oh mein Gott. Du musst erst raus. Oh mein Gott, immer hochspringen, immer hochspringen. Huf. Wo ist denn? Alter! Oh mein Gott! We want it, we want it. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Au! Er hat mich erwischt. Nein, aua, 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 aua. Hab ich ihn jetzt fast schon besiegt? Die Spikes, aua. Nein, er hat mich auch geholt. Was? Ist die ganze Zeit so komisch hin und her gesprungen. Der soll abhauen. Der soll abhauen. Man, der besiegt mich die ganze Zeit. Jetzt aber, komm. Dritte mal, das Beste mal. Ah, die Spikes! Oh nein. Ich sag dir, der ist so stark. Oh Gott! Ich habe ihn fast, ich habe ihn fast. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hat er keine Chance mehr. Das war's mit dir, du Riesen-Bit! Bam! Du! Oh Gott! Hau bloß ab hier! Alter, die kommen trotzdem noch! Hau bloß ab hier! Wieder weggebaut! Oh Gott! Aua, er hat mich weghauen! Und! Na komm schon! Komm schon raus, komm schon raus! Und! Einmal Treffen noch! Ich hab ihn einfach noch besiegt! Oh, sehr gut, sehr gut! Sehr gut! Ja, sehr schön! Okay, dann, äh... Das Ding ist denn hier! Wollang jetzt? Äh, jemand? Wir müssen in die Straße entlang gehen, ne? Zu dem Toys-Wagen! Ah! Das Auto, das kenn ich! Das ist, äh, das ist mein Nachbar! Das Toys-Transport! Da können wir trauen! Da können wir mitfahren! Ey, ich vertraue dir nicht, wenn du sagst, wir können jetzt Leuten trauen! Du hast die Puppe erst angeschleppt! Hallo, steig ein hier! Du hast sie doch erst angeschleppt! Das war doch das Problem! Nee, 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 nee! Und los an! Ganz schön langsam, das Ding, ne? Ganz schön langsam! Drück mal drauf da vorne, die lahme Schröte hier! Drück mal auf die Tube rauf! Yeso! Sieh zu! Gib mal Vollgummi! Neeee Niiitsch! Niiitsch niiitsch! Und? Sind wir in Kon? Oh.. Und..? Iaaaaarh! Ja! Wir haben ihn's geschafft, rauszukommen! Okay, Leute, wir haben's geschafft! Sehr gut! Ey Caspar! Was machst du da? Ohhh! Was geht? Guckt mal! Ich bin ein großer Block! Ey wir können uns glaube ich sogar gegenseitig essen! Hey, Dinger, du hast mich gegessen. Ich bin doch sogar weg von dir gegangen. Du hast mich gerade aufgefuttert. Du bist in mich ja reingegangen. Glaub mir, ich werde mich bei dir rächen. Warum gehst du da auch in mich reiben? Ich werde mich bei dir rächen. Ich esse dich komplett auf heute. Und ich habe jetzt auch Hilfe, weil es auch gerade Geld. Mit dem Geld können wir uns entscheiden. Oh, da jagt dich einer. Du sollst abhauen, Alter. Was können wir uns im Shop kaufen? Wir können uns, glaube ich, erst mal andere Skins kaufen. Das heißt, ich glaube, Ich bin 900... Ich könnte jetzt ein Gelb geknackt. Ich glaube, jetzt wird es ein Skin. Ich bin jetzt Gelb. Gelb geknackt? Ich sehe es hier gerade. Der eine verfolgt mich. Der schneidet mir, glaube ich, den Weg ab oder so. Ich will diesen Blattskin haben. Der sieht krass aus. Okay, warte mal. Wenn die mich jetzt holen, dann bin ich direkt sauer. Dann bist du wieder auf Null. Ich frage mich gerade, was sind die Loopzonen? Wir können sogar Teams machen, sehe ich gerade. Lass ein Team machen. Okay, warte mal. Der will mich wirklich holen. Warte mal. Wir müssen... Lass beide... Wir lassen beide in Team Gelb. Team Gelb. Ich kaufe mir gleich 1000 Größe, dann hole ich mir den. Das wäre egal. Alter, was machst du? Der haut nicht ab. Der hat mich gleich, Kasper. Der schneidet mir den Weg ab. Oh nein, jetzt kommt hier so ein anderer. 2600. Ich fahre... Warte, was ist denn eine Loopzone? Denkst du, eine Loopzone ist da, wo man... Ich trick's den voll aus, Digga. Der ist richtig schlecht, Bro. Bist du da? Bist du da mit 500? Ja, ja. 560, Digga. Ich hab den so ausgetrickst. Hier ist jemand mit 530. Oh, mein Apfel, Digga. Der ist so ein Abbau. Der ist so da hinter mir jetzt gerade. Ey, der hat Boost. Wie hat der einen Boost bekommen gerade? Warte mal, oh mein Gott. Ich schnapp mir den. Ich schnapp mir den. Kann man irgendwie boosten? Ich schnapp mir den 600er. Ich schnapp mir den. Ich ess ihn jetzt. Komm her. Ja, Daniel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist einer, Alter. Komm ran, hier, Kollege. Oh mein Gott, ich bin direkt hinter ihm. Der andere wird es auch nicht los. Der hat mich gleich. Der hat mich gleich, Digga. Ich frage mich halt im Shop. Kann man sich schnell eine Geschwindigkeit kaufen? Ah, dafür muss man aber rejoin. Hier kriegt er mich nicht. Oh Gott. Jetzt wird der schon... Jetzt wird der, Digga, aufgefuttert. Ja. Ey, ich bin so da hinter dem einen. Ja, der wird selber... Ja, der wird aufgefuttert, Alter. Ich werd gejagt. Digga, der ist 13.000 groß. Ich werd gejagt. Ich hab den einen fast jetzt. Komm schon. Ich seh dich. Ich seh dich da hinten. Aber der eine hat mich auch fast. Der ist schneller oder sowas. Nein. Wenn der jetzt gleich den 700er holt, dann ist er größer als ich. Der hat dich gleich. Ja. Der hat dich gleich. Ich hab ihn, oder? Ja. Komm schon. Oh mein Gott. Los. Hol den letzten. Ich muss den 900er holen. Er darf. Er will. Oh mein Gott, der hat sich auf 9 fokussiert. Ja. Nein. Ja, ich kann durch. Nein. Nein, 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 nein. Der 13.000er kommt. Ja. Jetzt hol ich mir hier ein. Ja. Kommt her. Hier, hier, hier. Hier, Lüppel. Nein. So, 200er größer. Nein, ich werd, ich werd, ich werd gedingelt. Ich werd gesandwiched. Ich werd gesandwiched, Caspar. Ich muss in diese Loopzone, glaube ich. Bro, das shit. Nein. Du wurdest aufgeessen, oder? Nein, nein, ich bin hier noch. Ich esse in die Loopzone gerade rein. Ich glaub, hier kann ich chillen, oder? Ich brauch Hilfe jetzt. Ich glaub, da passt die nicht rein, oder so. Oh nein. Nein. Oh, ich werd gesandwiched. Ich hab mich selber gesandwiched. Nein. Ich werd gesandwiched. Nein, mich holt er, oder? Sag jetzt nicht, die Loopzone ist... Ach, ey, Mann, ey. Er hat mich geholt. Er hat abgelassen von mir. Jetzt bin ich wieder ganz klein. Ich bin wieder Größe 5. Aber ich geh jetzt mit neun Sachen rein. Und zwar, man kann sich hier so ein paar Sachen kaufen. Und zwar kann man sich mal zwei Block-Multiplikator kaufen. Ich heiße, ich hör jetzt hier schon mal die erste Sache, um die Leute jetzt gleich zu besiegen. Oh mein Gott, Digga. Katz und Maus. Bist du, oder bist du? Nein. Guck mich doch an. Die holen mich. Nein. Ich hasse den, den Blöden. Das ist ein ganz blöder Typ. Okay, warte mal. Wir müssen in ein Team gehen. Lass mal ins Team Rot, oder? Team Rot. Okay, los geht's. Ich bin, glaube ich, oder ich kann es nicht auswählen. Kann ich sie auswählen? Aber diese Loop-Zonen, die bringen gar nichts. Das ist einfach nur eine Handicap-Zone. Hast du das? Ich. Hey, nicht auf mich. Unfair, nicht auf die Kleinen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir können sogar neue, man kann sich sogar neue Titel holen, ne? Noob. Aber für 500 Münzen. Aber irgendwas muss man hier mit dem Geld machen. Das heißt, im Shop können wir sogar Spuren kaufen, RGB-Namen. Oh Gott, pass auf! Pass auf! Pass auf, der jagt dich. Pass auf, lauf weg, lauf weg von dem. Der ist schneller sogar. Hau ab! Ähm, warte mal. Nu, gut. Warte mal, mir reicht's jetzt. Okay, pass auf. Ich werde ihn jetzt, ich werde ihn jetzt so auseinandernehmen. Guck genau hin, was ich jetzt mache, Kaspar. Ja, okay. Guck genau hin. Ja! Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Alter, was? Hast du es gesehen? Ich habe mir gerade 1.000 Größe gekauft, als er hinter mir war. Loil! Und so bin ich größer geworden. 1.000 Größe ist gar nicht so teuer, nur 80 Robux. Alter, der eine hat größte 30.000, ne? Der wird sich so ärgern, wenn der draufgeht. Ey, wenn der jetzt auf mich das erfolgt, ich werde alle töten. Ist mir egal. Wenn der mich jetzt gleich verfolgt. Ich glaube, der will auf dich. Nee, 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 ich weiß noch nicht genau. Nee, er geht auf den anderen. Er geht auf den anderen. Da hat ein 11.000. Oh, ne? Er hat sich geändert. Er hat sich geändert. Loil. Jetzt schnell, die ganzen kleinen Auffressen schnell. Jetzt werden die groß. Nein, nein. Die werden nicht groß. Das werden die niemals schaffen. Die haben ja gar keine Chance. Jetzt hol ich mir erstmal neue Skins jetzt hier, ne? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Geld. Ich habe mir nämlich schon so einen Blattskin geholt. Alter, ich könnte mir sogar so einen Regenbungskin gleich holen. Der sieht ja richtig cool aus. Der ist größer als ich. Der ist kleiner als ich. Den hole ich mir. Der ist größer als du. Ich weiß, der frisst mich auf sonst. Der ist größer als du. Ich weiß, ich muss abräumen. Oh, ab. Jetzt. Ich ziehe durch. Jetzt. Ja. Jetzt hast du ihn, oder? Nein. Alter, ich habe mich noch berührt. Warte, ich glaube, ich bin größer als er. Ich bin größer als er. Jetzt hole ich ihn mir. Ja. Warte. Warte. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du gehst direkt weg. Du gehst direkt weg. Du gehst fast geholt. Danke, danke, danke. Boah, Alter. Guck mal, guck mal, ob ich jetzt aussehe. Warte, und zwar. Ja. Ja. Wow. Cool. Oh mein Gott, ich bin der absolute Regenbogen. Was ist eigentlich der große Block in der Mitte? Was bringt der? Wir müssen, weiß ich auch nicht, wir müssen jetzt die anderen holen, nicht, dass die zu groß werden. Kommt her. Den schnapp ich mir hier schon, den kleinen, die kleine Wurst hier. Kommt her. Ich muss auch gleich den, den, den Dinge. Ich habe Hunger auf dich. Guck mal, ich bin ein Noob. Der hat ja gar keine Chance. Ey, die werden jetzt so geholt, ne? Und? Der wird jetzt hier so geholt. So geholt. Bro, die haben ja keine Chance. Ich habe hier die absolute Monopol-Stellung. Ey, da ist einer mit 600, den müssen wir holen. Den müssen wir holen. Der ist direkt vor mir. Ach, den, okay. Sehr gut. Ich hole mir den anderen. Oh, der ist auch gerade am stehen bleiben. Der kauft jetzt irgendwas. Der lädt gerade Robux auf oder so. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass der das macht. Ey, der hatte 30.000 Größe. Das war voll viel. Entweder geht er links oder rechts. Guck mal. Diddlybob. Du kannst den Server verlassen. Bam, aufgefuttert. Ich habe noch einen geholt jetzt. Oh, da hinten mit 700. 800 jetzt. Den hole ich mir auch. Oh, der hat 800 schon, ne? Ja, der denkt, der kann da irgendwas Geheimes machen, Alter. Nicht nur uns. Er holt nur den rechts von dir, ne? Hol den rechts von dir. Mache ich. Ich bin schon auf dem Weg gerade da hin. Ich hole mir den Türkisen hier vorne. Er so, please, Team. Jetzt kann ich den Skinhold bitte teamen. Digga, die haben gar keine Chance alle, ne? Die haben alle... Huh? Was ist das für ein großer Block über mir jetzt? Ja, der ist die ganze Zeit in der Mitte. Ich weiß auch nicht, was er bringt. Das soll ich mal abbauen, Alter. Oh, der wird jetzt draufgehen, der Arme. Der Arme Daniel. Alter, ich hole mir den hier auf VG-Player. Oh, jetzt. Das wird nicht gut für ihn ausgehen. Der hat keine Chance gegen mich, Alter. Das wird gar nicht gut für ihn ausgehen, Alter. Das wird ein Festmahl für mich. Ja. Komm her. Ich habe ihn gegessen. Ich habe ihn gegessen. Und? Oh, was machst du da? Ich kann ihn nicht essen. Das war das Ding im Weg. Ach so, ach so. Blindfisch. Ja, nicht gesehen, nicht gesehen. Dann schnappe ich ihn mir halt so. Oh mein Gott. Und jetzt denkt der Kater da raus? Jetzt denkst du, du kannst da raus? Ja, ich habe noch einen gegessen. Hast du ihn jetzt geholt endlich? Ne, ne, ne. Der macht dir... Er kommt. Ha! Er passt da nicht durch. Er passt. Guck mal, wie ich ihn jetzt esse. Guck, wie ich ihn esse. Guck. Der Arme in die Sackgasse. Und Essen! Ja! Ja, einfach gegessen hast du ihn. Ich werde jetzt hier den Server-Rekord bringen. Was ist der Server-Rekord? Äh, gute Frage. Das ist der Server-Rekord. Oh, ich bin direkt hinter einem. Man ist anscheinend echt ein bisschen schneller, wenn man groß ist, habe ich das Gefühl. Ja. Leicht schneller oder so. Ganz... Oh mein Gott! Ja, aufgefuttert! Klinger hat gerade einen gegessen und dadurch wurde der richtig groß. Also ich bin jetzt schon bei 20.000 fast, ne? Oh Gott. Der arme Daniel schon wieder. Über die 900 da. Oder was ist, wenn man dann groß genug ist, dass ich mir den Block oben holen kann in der Luft? Oh! Oh! Das ist vielleicht der Server-Rekord, oder nicht? Der Block? Ja, ja. Das könnte gut sein. Kommt her! Traut euch! Kommt, wir drücken die weg. Wir drücken die hier. Die können... Wir müssen die einschleißen. Alter, der tut mir so leid, der tut mir so leid, ne? Ja, die sind so gesandwiched jetzt. Die haben keine Chance. Die sind so gesandwiched. Die sind immer die Server-Owner hier. Guck dir das mal an, wie gesandwiched er jetzt einfach ist. Guck mal, was will er machen? Was will er machen? Der hat keine Chance. Der kann nur links oder rechts. Du musst jetzt entscheiden. Ja, das war's. Wen will er füttern? Das war's. Ich würde lieber rechts gehen, wenn ich ehrlich wäre. Jetzt kann er aber gar nicht mehr rechts gehen. Und Angriff! Wow! Wow! Nicht schlecht! 24.500. Geh weg! Geh weg, Digger! Nein, nicht auf mich! Attacke, Kasper! Nein! Nein! Mann! Absoluten Server-Record gebrochen! 42.000! Ey, Kasper! Was geht ab, Roxo? Was geht ab? Bist du auch in der Form oder was? Wir sind als Würmer unterwegs. Guck mal, ich habe gerade einen Apfel gegessen. Werde ich jetzt größer? Äh, ja, genau. Also jedes Mal, guck mal, ich habe hier noch Bananen und sowas. Hä? Oh, die kriege ich. Los! Ja! Ey, was? Oh, da war ein Diamant! Nein! Ah! Ja! Ach ey, das kann mich angehen. Okay, aber... Ich habe ihn! Oh, mein Gott! Einen Donut! Oh, nein! Ich bin schon vor lang hier! Hör auf, mir alles weg zu essen! Was? Ich hätte schon reden, oh mein Gott! Aber ich bin viel länger als du sich gerade. Ey, du ja, weil du schon heimlich gespielt hast oder so. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt, muss ich sagen. Was das Ding ist, es gibt hier sogar auch noch in der PvP-Arena, ne? Oh, mein Gott! Du denkst, du bist stärker als ich, hä? Ja, ja. Und warte mal, das kenne ich noch gar nicht. Guck mal, hier vorne ist der automatische Esser. Der automatische Esser? Ja, ja, siehst du das? Oh, lass doch mal hin, oder? Also, das ist anscheinend neu, also das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay, das sieht aber schon eigentlich nicht gut aus, ne? Und es wird automatisch gegessen. Hm, okay, also was heißt der automatische Esser? Was kann ich mir darunter vorstellen? Du kannst einfach chillen und es wird die ganze Zeit gegessen. Was? LOL, was? Also, das heißt, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, in die Schule geht oder sowas, kannst du dich einfach hinschillen. Und es wird die ganze Zeit gegessen. Ach, ja, moin, ja, moin. Okay, warte mal. Was kann ich mir hier kaufen? 50 Robux für... Okay. Aber guck mal, dann lass mal... Oh, hier ist die Königin. Guck mal. Die ist die größte hier gerade. Ja, warte mal, ich guck mal gerade ganz kurz. Oh, okay, jetzt hab ich wenigstens auch eine Farbe. Oh Gott, sie ist die Königin. Ach, lol. Ja, sie ist gerade die Königin. Sie ist gerade am längsten. Aber dann lass mal in den PvP-Bereich gehen. Ja, lass mal machen, lass mal machen. Dann gucken, was es da so gibt. Wie viele Diamanten hast du eigentlich gerade? Ich hab 163. Ja, weil du dir das wahrscheinlich auch für Robux gekauft hast. Ich hab einen einzigen Diamanten. Hab ich nicht. Ich spiele es seit 5 Sekunden. Wie lange bist du jetzt schon? Welche Länge hast du? Äh, 21. Oh, ich hab gerade mal Länge 10 jetzt, ne? Ja, okay. Okay, okay. Ich geh PvP-Arena, oder was ist das hier? Mount Food. Hier ist doch Mount Food. Ey, Kaspar, wir müssen in diesen Mount Food reingehen. Mount Food? Also ich bin gerade Länge 10 und ich glaube, ich brauche für einen Rebirth, brauche ich Länge 17. Ja, brauche ich auch. Was, 17? Also ich muss noch ein bisschen essen und dann können wir da zusammen reingehen. Ich würde sagen, so lange wartest du noch. Kannst ja auch ein bisschen essen. Ja, ich werde... Guck mal, das Ding ist, ich brauche auch noch Länge 38 für meinen nächsten Rebirth. Und ich sag dir, ich blieb schon mal ein bisschen, weil ich mach dich gleich fertig. Du hast gar keine Chance. In der PvP-Ahrin, da denkst du schon, was, bin ich fertig, oder was? Guck mal, wie ich auch die Kuchen weg esse vor den ganzen Leuten. Ich sag dir, am meisten bringen echt so Donuts und sowas, ne? Ja, Donuts, also genau, Donuts und Kuchen. Ungesunde Sachen, die bringen am meisten sich gerade. Ja, was halt für... Ja, eigentlich nicht so cool, ne? Eigentlich nicht so cool. Eigentlich würde ich lieber Äpfel essen und Bananen und so, aber... Guck mal, Bananen bringt einfach nur 7... Nee, 14 sehe ich gerade. Und Äpfel nur 7. Bei mir bringt das immer 3. Nein, hast du irgendeinen Boost aktiviert, oder? Gar nicht, ich hab einfach nur ein bisschen größer. Ah, okay, bringt das Meer anscheinend. Ja, gut zu wissen. Ich bin auch schon vor Langsicht gerade. Guck dir's mal an. Äh, wo bist denn du überhaupt? Alter, da hinten bist du am Rumspringen. Da bist du. Du bist eine lange Wurst, meinst du? Ja, das stimmt. Ey, hey, Hilfe. Die hat mich angekettet. Sag mal, das glaub ich nicht. Der zieht dich ja irgendwo mit, oder was? Ja, ja, der zieht mich echt irgendwo mit. So, okay, welches Level, äh, welche Länge hast du jetzt schon? Äh, jetzt bin ich Level 15, also noch zwei Level, dann hab ich's geschafft. Oh, sehr gut. Da war ich nämlich noch nie bei einem Mount Food. Oh, das scheint auch neu zu sein, oder so, ne? Meintest du ja irgendwie, dass das neu ist? Ja, ich glaub schon, also auf jeden Fall automatisch erst hab ich noch nie gesehen. Und Mount Food, das reicht nicht. Oh, ich bin echt gespannt auf die PvP-Arena, ne? Boah, ich sag dir, ich werd da so gewinnen, ne? Oh, du hast gar keine Chance. Das werd ich da gleich so fertig machen. Du hast keine Chance. Ja, jetzt haben wir den Speed-Up verschwendet. Warte mal, es gibt Speed-Ups, was bringt die denn? Oh, ich hab jetzt auch. Ja, ja. Alter. Unten rechts hat man so Dinger. Loch, stimmt, ich hab noch drei Stück davon. Hast du auch noch so viele davon? Wir haben noch zwei Stück, gerade. Oh, mein Gott, ich hab's fast schon geschafft. Ich bin gleich die komplette Länge und dann kann ich re-bursten. Oh, geil. Noch zwei Sachen, noch zwei Sachen. Da hinten seh' ich schon die Weintrauben, die nehm' ich. Und? Ja! Ich bin Level 17, okay, ich re-burst, okay? Okay, wo bist du denn gerade? Re-bursten? Und? Oh, ich bin wieder ein kleiner Wurm. Ja, wo bist du denn? Ich seh' dich gar nicht. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte hier. Ach, da, okay. Dann lass mal in Mount Food rein. Ja, da gehen wir rein, auf den Berg rauf. Ich bekomm' jetzt hier voll viel Essen schon. Ich bekomm' einfach so zehn Äpfel bei einem Donut. Ja, ich... Wie bekommst du denn dann schon? Zehn Äpfel bei einem Donut, hä? Ja. Also, du bekommst ja immer Äpfel, die du isst, zu sagen, weißt du? Das ist immer so eine Anzahl, steht da ja immer. Ja, ich krieg' oben. Ja, man kriegt jedes Mal ein bisschen mehr. Alter, das ist ja voll der krasse Donut! Ja, ja. Wow, hier gibt's ja mega viel zu essen. Oh mein Gott, oben gibt's die besten Sachen sehe ich gerade. Burger und Kuchen und sowas. Oh mein Gott, da oben, so schnell es geht da oben, komm! Aus dem Weg, oh mein Gott. Kuchen da oben wahrscheinlich, oder? Kuchen. Hier hoch nochmal so ein Stück. Oh, ich esse das alles gerade. Hier ist so viel, Kaspar. Einfach Happy Meal! Boah, hier ist so viel. Oh mein Gott, was ist hier alles am Essen? Ja! Oh mein Gott! Nein! Was hast du... Was liegt hier noch alles? Hä? Oh mein Gott, hier liegt ja... Oh mein Gott, drei Sachen auf einmal gerade aufgegessen. Ja, ja, hier liegt richtig, richtig viel. Ich hab' voll viel runter. Oh, dick ist der Kuchen runtergefallen. Oh, lecker! Oh mein Gott, das ist so unnormal wie viel gerade liegt, ne? Oh mein Gott, ich bin schon wieder Stufe 11! Alter, das geht so schnell! Alter, wie krass ist dieser Berg, bitte? Okay, vorsichtig. Ja, leider so. Ich sag dir aber, umso länger du bist, umso schwieriger ist das hier auch hochzukommen, ne? Ja, ja, ich weiß. Weil du hast halt quasi immer so ein Gewicht, was in dir ist. Ja, auf jeden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin schon wieder... Ich bin fast so lang wie du, oder? Ja, aber nur fast. Ich bin richtig langstuhl. Okay, wenn du... Okay, wenn du sagst, ich bin fast, du bist fast so lang wie ich, dann lass das mal hier in die Arena reingehen. Hey, du willst gleich, willst du, hä? Du willst in die Arena, also? Ja, komm, trau dich doch. Ich gebe mir nochmal kurz die letzten Snacks mit. Ja, ich bin jetzt hier schon gerade auf den Weg, in die Arena. Okay, komm, ich komm, ich komm. Der weiß-rote Wurm, Brocks. Ich habe jetzt nochmal gut Energie getankt, ne? Bin ich dir ehrlich, du? Ich würde meinen Mund nicht so vollnehmen. Ich würde meinen Mund nicht so vollnehmen, sage ich nur. Und das meinte ich auch nicht. Ja, okay. Okay, 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 komm. Wo bist du denn? Ich bin schon länger 20. Ich bin auf dem Weg. Ich bin halt überlangsam mittlerweile, weil ich halt so groß bin. Ja, ich bin genauso groß. Bist du überhaupt nicht... Bis welche Länge bist du, hä? Ich bin doch genauso groß. Welche Länge bist du? Was steht oben? Sag mal. Ja, 35. Oben steht Länge 35. Ja. Okay, dann müssen wir länger... Oh, doof gelaufen, ne? Also, okay, sehr gut. Okay, komm. Aber ist gar nicht schlimm, als ich hab die. Ja. Ich bin jetzt hier bei den ganzen Besten. Weißt du das? Oh, hier steht schon Gefahr, hier steht schon Gefahr. Aber wie genau funktioniert das jetzt? Okay, da vorne ist ein König gerade, ist... Alter. Gerade nochmal 5.000 Sachen, hier gefühlt aufgehen. Oh Gott, hier gibt's auf jeden Fall Premium-Sachen immer, die man essen kann. Ja, das ist immer ganz schön gut. Darf ich nicht gegen den Dings kommen? Gegen den Kaktus, oder wie ist das? Nee, du darfst nicht mit deinem Kopf gegen andere Würmer kommen. Mit deinem Kopf... Ah, okay. Genau. Das heißt, umso länger du hier bist, sozusagen, umso besser dann, ne? Ja, ja, aber du musst natürlich die anderen noch ausschalten. Ja, okay, also das heißt, ich muss jetzt mal den Speed aktivieren und dann mal auf ganz entspannt. Hier, machen wir mal ganz kurz D's hier. Okay, ja. Oh, die feinten da ganz toll gerade. Uiuiuiui, Alter. Pass auf, da bei dir. Hast du... Hä? Ich hab fast den König gerade geholt. Sag mal. Oh mein Gott. Mach ein bisschen vom Gas hier, bitte. Oh. Das Ding ist... So, Angriff! Ja. Wow! Wow! Oh mein Gott, hast du viel hinterlassen. Und ich hab noch reingekillt. Wow! Nein! Nein, mich hat Samurai jetzt geholt. Ja, aber du bleibst gleich lang. Du bleibst gleich lang, das ist schon mal gut. Ja. Lass aber warten, die Arena, Digga. Komm, lass mal auf die Arena. Okay, aber ich bin voll lange. Also ich bin ja mega lang. Mega lang? Ach, weil du viele Sachen von mir gegessen hast vielleicht, ne? Ja, ja. Ich hab noch... Mann, da eine Nerv, der springt jetzt auf mir rum. Wow! Wo bist du? Ja! Oh mein Gott, gab's da gerade wieder viel. Was? Und jetzt kommt's. Komm doch gegen mich. Ey, diese eine Wurm. Die kreide ich ein und... Weil die ist über mich gesprungen, ne? Ich hätte eine Wurm die ganze Zeit... Oh, ich bin jetzt raus von einem Wurm. Okay. Okay, sehr schön. Oh, hier. Samurai. Samurai. An den räch ich mich jetzt. Oh, er ist schlau. Wow! Ja, komm, den hab ich. Ja, den hab ich. Ja, ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Und bam, ich hol dich auch. Und bam, oh mein Gott. Was? Jetzt hol ich die Amanten getroppt. Ohohoho. Ich bin Level 26 instant. Okay, pass auf. Wir müssen irgendwie diesen König da töten. Das ist unsere Mission jetzt. Okay, pass auf, was ist die Mission für heute? Der ganz lange, sagst du, ja? Ja, der lange Typ da. Okay, okay. Erstmal hier die Karte. Mit der Krone. Okay, sehr schön. Komm, kriegen wir den irgendwie... Hey, der ist doch mal jetzt berührt. Ich spring rüber. Du musst hoch springen. Alter. Hey. Ich spring hoch. Hey. Warte, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Der ist einfach durch mich durch. Ohohoho. Ah. Ohoho, pass auf, Alter. Guck mal, der wurmt sich so ein. Lass ihn umkreisen. Ich umkreis ihn. Aber der macht irgendwas da. Der macht gar nichts. Ich hab noch einen gekillt. Du kannst ihn umkreisen, oder? Ja, aber der hat jetzt ein Schutzschild. Ja, aber du kannst ihn trotzdem umkreisen. Auch ein Schutzschild. Da kommt der ja nicht mehr raus. Guck mal, ist der voll blöd. Egal, den gehen wir auf den anderen. Also, gehen wir hier auf den schwarz. Hier, auf den hier. Den schwarz-roten hier. So. Eieieieiei. Oh, du darfst dich eigentlich berühren, ne? Eieieieiei. Wie bitte? Guck mal, ist der voll... Ja! Nein! Ha! Ha! Ja, da ist noch einer draufgegangen hier gerade. So, sehr schön. Und dich hol ich auch auf, Freundchen. Sag mal. Hey! Der war eigentlich... Der ist eigentlich draufgegangen. Wieso hat der das jetzt... Der zieht mich mit! Hey! Ja, ich hab noch eine gekillt. Sehr schön. Auf Samurai! Oh, ich hab den gekillt hier hinten. Ja! Los! Auf Samurai! Bang, 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 bang! Ich krieg den Samurai einfach nicht. Komm, den kriegen wir jetzt, den kriegen wir jetzt. Der nervt mich hier auch schon, weil der so lang ist. Der nervt mich auch richtig. Oh, der schlängelt sich wieder ein. Alter, der hat so Angst. Der weiß, ob wir stärker sind. 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 Boah! Boah, Alter! Boah! Ist der Stress oder was? Boah! 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 Oh, mein Gott! Nein! Ja, so viel Essen! Boah! Was, wie das hab ich gekriegt? Ich bin Level 44. Oh, Mann! Ich bin Level 27. Oh! Ja! Komm schon! Löhner Samurai! Oh, den Samurai! Hey! Oh, Polin! Polin! Der ist nicht rübergesprungen irgendwie. Weil das ein Pro ist, weil das ein Pro ist, aber nicht mit uns! Nicht mit uns! Ey, der ist doch in meinem Wurm drin! So, pass auf. Du lenkst ihn ab, Rockso. Wie macht er das? Du lenkst ihn ab, ich kill ihn. Das ist hier die Mission heute. Ist auf meinen Wurm drauf. Wo krieg ich die? Krieg ich den? Hä? Wie hat der mich denn jetzt gekillt? Ich bin nicht gekillt! Das Spiel ist blöd. Das Spiel ist blöd. Mann, es reicht mir auch. Mann, mir reizt es auch. Das hat uns vor dem Video gewesen sein. Ich hab euch jetzt gefallen. Lass gerne ein Like und Abo da. Wenn es so ist, check auf jeden Fall die beiden hier aus. Und haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!